Musik Herzlich Willkommen zu Call of Duty MW3 Wie eigentlich letztes Mal gesagt, würden wir Capture the Flag spielen, aber Spiel auch irgendwie keiner mehr Gut, ist das Problem, da ist etwa älter schon das Spiel und da bin ich selber schuld und soll ich mir nochmal neue Spiele kaufen? Blablabla Dafür spielen wir jetzt aber infiziert Ich denke mal das Spiel noch eine ganze Menge Obwohl es ein offizieller Server ist und ich sehe eh offiziell, wo dann nicht selber die Training gemacht werden, sondern halt voll käuflich selber Uh, bin ich müde Aber ich bin jetzt infiziert Die Runden gehen ja manchmal schneller und manchmal langsam Und gucken wir mal, wie wir das dann machen Vielleicht mache ich dann zwei Runden, eine Runde und mal sehen Ich finde die offiziellen Server, die gehen immer recht schnell Ähm Da jeder halt Wurfmesser hat Und dann kannst du quer, aber die müssen wir gut damit bis eine runter holen Ähm, also Allzu schwierig dürfte das jetzt nicht werden Messer gegen PP90M1 Wir sehen uns dann gleich, wenn das fertig geladen hat Meine Freundin So Mit einem mega mega Lick starten wir jetzt da rein Ich hoffe mit einer Aufnahmerate von 30 Frames äh, funktioniert das Boah, das schreckt mich doch nicht so Boah, das schreckt mich doch nicht so Ja, das ist verarschend Hallo Der bin ich mal unten weggefickt, was richtig Sag mal Ey Manche Spieler gehen immer nicht auf die Nerven So Hier kann man steht da auch noch Ich finde am Anfang haben wir immer am schwersten Und dann, äh Wenn die einmal mehr sind, dann geht das eigentlich Komm Boah 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 und ich renne, renne, renne... Schade! Komm, der war ja wohl getroffen. Der letzte ist da dran. Was ist denn da? Komm, wir kommen. Hä? Da ist der irgendwo aber... Hat er sich aber festgepackt? Hä? Wo war der? Ach, da... Ah, der eine Typ hat sich dann mal reingestellt und der am längsten überlebten ist klar. Okay, das war's noch nicht. Da ist ja... Mega kurz war. Papierkorb, wenn ich den schon wieder... Ey, boah. Nee. Nee. Geht gar nicht da. 4, 3. 10, 10, 11. 5, 7, 28, 23, 24, 25, 26, 25, 27, 29, 21, 25, 25, 25, 27, 25, 28, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 29, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 38, 29, 29, 29, 29. 30, 29, 31, 30, 31, 32, 31, 31. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich weiß gerade nicht, was ich euch erzählen soll, weil ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Spiel, ich kann euch nichts Neues hier erzählen. Und spannend ist sie dir gerade auch nicht, ne? So. Wuhu! Man klauen die mir jetzt die ganze Zeit, die Kiefer wird. So, ich denke mal, hier ist es nicht so sinnvoll, um zu campen, weil die haben mir eh ein Wurfmesser. Ähm... Obwohl, hier habe ich eigentlich ganz gute Deckung. Ich war einfach nur schneller schießen als die... Wie ihr Wüffchen mehr von mir werfen können, so. Mein Gott, wenn ich ein witzig sein kann, dann kann ich voll. Kommt, komm, 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 komm. Kommt der denn jetzt her? Mir hat noch keiner vor Fünfte gelaufen. Entweder wurde die man killt. Ähm... Ja, früher killt als... Ich die abschießen konnte, oder? Den wollen was. Okay, der muss das mit ihm da... Mein Gott, er hat mich gerade... Sprachbehindert. Mit 180, sie müsste ich erst mal genug haben. Wenn so lange ob zu überleben, wahrscheinlich ja nicht. Sind überleben? 3. Boah! Ne, wie zu blöd, ihr mit dem Wurfmister zu werfen hat. Das ist ein Thema, die Bilder werden irgendwie mal früher abgeknallt. Die gehen halt auch falsch an. Aber ich will jetzt mal nicht so sein, dass ich jetzt irgendwie da reinrenne, nur damit jeder, damit das jetzt spannender für die anderen wird. Und vielleicht auch ein bisschen für euch. Ich will einfach mal, ich mag das nicht so, ähm... Und deshalb mache ich das jetzt einfach mal so, dass ich halt, äh... Das Spielen so spiele, wie es gespielt werden sollte. Also das wäre es ja, ähm... Wenn ich... Unsinnig, ne? Jawohl! Genial! Haus rein! Boah! Hm, ein bisschen daneben. Das ist auch blöd. So... So... So geht's ab. So wirft man Wurfmesser, Leute. Nicht so, was die da hier hinsützen. Das ist so nix. Oh, da war ja scheiße geworden. Das war jetzt scheiße. Da wurde ich ja früher gekillt, als... Ich werfen kann. Was soll das denn? Oh, nee. Nee. Klass. Der wird nur noch abwerfen müssen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na, auf meine Schlampe. und da haben wir gewonnen sehr schön 1 zu 9, also ja, Leute, so geht das so, das war's dann, das wird infiziert, ich bedanke mich fürs Zuschauen lasst eine Bewertung da, nicht wie Spiele, sondern wie ihr das Video fandet schaut mal bei meinen anderen Projekten vorbei wir sehen uns, ciao